Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die erste Märkte der Zeit für Oma Saas, der liegt vorne und er bleibt vorne mit einer A5 OITs angekommen und hat mittlerweile seine Vortragung mit dem Nürnberg-Virus infiziert. Der Waldschrude kommt jetzt voll 10 Sekunden Vortragung und alle Entschrude. Der Waldschrude kommt jetzt an. Gerhard Waldschrude hat an der Handel etwas langsamer Reaktionszeit gezeigt. Und ins Halbfinale. Er gründete 7, 8 Bahn, er gründete 7. Aber Gerhard Waldschrude hat an der Startlinie noch nicht so ganz klargekommen. Da hatte ihn seinen 22. Platz noch gedrückt. Und die Reaktion war also 14 Sekunden für die Radekontrecke für den Radekontrecke. Bei der festen Reaktionszeit des ganzen Wochenendes, Großbritannien sind die Zulassungsbedingungen etwas flexibler als bei uns in Deutschland. Sagen wir es mal, Freifahrtschein ins Halbfinale. Das ist der Jungs in Wettbewerbsweg. Das ist der Jungs in der Abhängigkeit. Das sind immer sehr gute Spelen. Wir haben das vorgehalten und beitragen. Nach der Zulassungsbibre hätte eine große Radekontrecke für die Radekontrecke. Nach der Abhängigkeit der Bande. ..Grechtsabhängigkeit der Zulassungsbetriegung. ... und bei der Abhängigkeit der Bande. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020